Jetzt mal zum Beispiel den Ölpreis nehmen. Die Welt ist wahnsinnig hungrig nach Energie. Nach wie vor es wird unglaublich viel an Öl verbrannt. Aufstrebende Märkte, Schwellenländer, die kommen. Also ein unglaublicher Hunger nach Energie. Immer mehr Menschen, die Auto fahren. Und trotzdem Ölpreis, der in den Keller geht, in den Keller geht, in den Keller geht. Was ist da passiert? Das ist das Schöne daran. Dass wir das alles nochmal erleben, hätten wir nie gedacht. Wir erzählen den Menschen seit 40 Jahren, uns geht das Öl aus. Und das Öl geht auch unendlich vom Preis her. Und plötzlich wissen wir nicht, wo wir das Öl hinpacken sollen. Wir hatten die Situation vor einigen Wochen, dass in den USA eine spezielle Ölsorte verschenkt wurde. Beziehungsweise mit einem negativen Preis. Man hat Geld bekommen, wenn man es abnimmt, weil das Zeug die Pipelines verstopft hat. Also, warum? Weil wir zu viel Öl hatten. Wir hatten zu viel Öl, das käme nicht weg. Die Referen konnten es nicht mehr gebrauchen. Es war zu viel Öl auf dem Markt. Wir haben eine Ölschirme. Wir haben heute über 100 Millionen Barrel auf Tankern auf den Weltmeeren vor Anker liegen. Das heißt Lagerhallen. Wir wissen nicht, wohin mit dem Öl. Warum? Einerseits haben wir sehr viel Öl im Angebot. Warum durch das Fracking? Die Amerikaner, die mit Fracking zusätzlich das Angebot geschaffen haben. Wir haben dazu eine Welt, das beginnt jetzt gerade erst. Und das ist eine ganz spannende Geschichte. Bis vor zwei, drei Jahren war klar, die ganze Welt ist auf Öl und Gas abgeschossen. Das ist unsere Energie. Wir haben keine Alternativen. Seit etwa zwei Jahren hat diese Entscheidung stattgefunden. Im großen Stil, jetzt kommt der Schwenk weg von Öl und Gas hin zur Erneuerbaren. Mit jedem Windrad, mit jeder Solarzelle wird Öl substituiert, ersetzt. Brauche ich nicht mehr. Anders ausgedrückt. In 35 Jahren werden wir kaum noch Öl brauchen. Was dann noch im Boden ist, ist wertloser Dreck. Das heißt, die Saudis, die kommen aus dem Sand, haben eine Fata Morgana von einigen Jahrzehnten gehabt und verschwinden wieder im Sand. Das ist eine Idee, die mir gefällt irgendwie. Das ist eine Idee, die den Amerikanern zu Recht, wie ich finde, ebenfalls sehr, sehr gut gefällt. Seit Jahrzehnten mussten sie sich mit Leuten, mit denen sie eigentlich gar nicht abgeben wollten, auseinandersetzen, mussten die hofieren im arabischen Raum und waren von denen abhängig. Jetzt haben sie technologisch die Chance wohl gesehen und sehen, dass jetzt in diesen Jahren dieser Schwenk technologisch möglich ist, auf Erneuerbare zu drehen und damit unabhängig zu werden von Öl und Gas, von Staaten, die man schwer kontrollieren kann und damit eine ganz neue geostrategische Ebene auch zu erreichen. Ist es auch so, dass die Saudis tatsächlich... Entschuldigung, ganz kurz. Denken wir darüber nach, was heißt das für Russland, um das Thema zu machen, wenn wir bis 2050 weg von Öl und Gas sind. Russland hat auch nicht viel mehr, wir haben kein Geschäftsmodell entwickelt, als diese Rohstoffe. Was heißt das für Russland, wenn da kein Öl und Gas mehr ist? Noch ein Grund, warum für Amerika es hochinteressant ist, wenn sie die Möglichkeit sehen, geostrategisch die großen Teile der Welt auf Erneuerbar zu drehen und damit Russland in eine Situation zu bringen, in der es ganz, ganz schwer wird. Das heißt, die großen Gegner der letzten Jahrzehnte kommen dadurch in Schwierigkeiten. Also von daher ist diese Entwicklung momentan kurzfristig eine dramatische Verwerfung der Weltsituation, aber langfristig aus unserer westlichen Sicht eine ausgesprochen positive Entwicklung in vielen Hinsichten. Und die Deutschen haben dazu einen wichtigen Anstoß gegeben. Dabei bleibe ich. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Wir haben auch das Tax erfunden und wieder mit Geld verdient. Herr Müller, wenn man das von außen betrachtet, dann sieht man ja auch, dass da ein brutaler Preiskampf ja auch stattfindet. Die Saudis, die OPEC-Staaten, die ja immer einfach gedrosselt haben, wenn sie wollten, dass der Preis nach oben geht und wieder aufgemacht haben, wenn sie wollten, dass der Preis nach unten geht, die lassen das im Moment einfach tatsächlich laufen. Heißt das, die Saudis führen da auch einen brutalen Handelskrieg gegen die USA, um einfach dann dort zum Beispiel die ganzen Fracking-Unternehmen, auch in Venezuela und so weiter, Russen auch zum Beispiel, wirklich in die Pleite zu treiben? Weil man sagt, am Ende haben wir den längeren Atem. Wir können länger. Das ist die Geschichte, die sich jetzt eigentlich beharrlich durch die Medien zieht. Einer schreibt zum anderen ab und dann ist das gesetzt und dann ist das so. Tatsächlich halte ich das für nicht korrekt. Warum? Die Saudis sind überhaupt nicht in der Lage, diesen Krieg mit den Amerikanern wirtschaftlich momentan zu führen. Wir müssen uns klar sein, die Saudis brauchen einen Ölpreis von 100 Dollar pro Barrel, um einen ausreichlichen Haushalt zu haben. Die fördern das sehr billig, aber da sie das gesamte Land, ihre Untertanen, praktisch das Königshaus Saud, bezahlt seine Untertanen von der Wiege bis zur Ware, finanziert dieses Märchenparadies und das kostet sehr viel Geld. Die haben jetzt die Benzinpreise erhöht in Saudi-Arabien. Und das ist ein Riesenproblem, weil die saudische Bevölkerung akzeptiert diesen wahhabitischen Druck von oben, diese extreme Situation der Menschenrechte, nur weil die da oben alles bezahlen. Wenn die nicht mehr bezahlen können, gehen die unten auch auf die Barrikaden. Das heißt, das Königshaus Saud kämpft ums wirtschaftliche Überleben, wenn sie das nicht mehr bezahlen können. Und die Währungsreserven Saudi-Arabiens brechen momentan dramatisch ein. Die müssen ihr Tafelsilber verkaufen, um den Haushalt zu bezahlen. Wir haben riesiges Staatsdefizit vorgelegt. Das bedeutet, die Währungsreserven Saudi-Arabiens beim jetzigen Ölpreis reichen noch etwa dreieinhalb Jahre, dann ist das weg. Und die haben kein anderes Geschäftsmodell. Wenn der Ölpreis sich nicht schnell wieder erholt, haben wir ein richtiges Problem. Und da darf aber auch noch nicht der Konflikt im Jemen eskalieren. Da darf aber auch nicht der Konflikt in Syrien eskalieren. Da darf keine Konfrontation mit dem Iran kommen. Dann geht das nämlich wesentlich schneller. Und jetzt kommt der Punkt, warum drosseln die nicht einfach den Ölhahn? Weil wir so viel Öl auf dem Weltmarkt haben, dass selbst wenn die Saudis jetzt sagen, wir reduzieren mal um 10 Prozent oder um 20 Prozent, das wird gar keine großen Merken. Die Konsequenz wäre nur, dass Saudi-Arabien noch weniger Öl verkaufen würde und die Währungsreserven nicht in dreieinhalb, sondern in zwei Jahren fertig wären. Einmal weg aus dem Nahen Osten, zurück nach Deutschland, Herr Müller. Die Deutsche Bank sieht sich genötigt zu erklären, wir sind nicht pleite, wir können noch bezahlen. Das erinnert so ein bisschen an die Situation der Fußballtrainer. Wenn das Präsidium sich geschlossen hinter den Trainer stellt, ist er eigentlich schon entlassen. Wird es hochgefährlich. Und auch selbst unser Finanzminister hat sich ja die Tage bemüßigt gefühlt zu sagen, man muss sich keine Sorgen um die Deutsche Bank machen. An diesem Moment haben wir angefangen, mir ernsthaft Sorgen um die Deutsche Bank zu machen. Finanzminister äußern sich in der Regel nicht zu Bankensituationen, Wirtschaftensituationen. Wenn er das tut, dann in einer Krisensituation. Und wenn die Deutsche Bank sagt, es ist lächerlich davon zu reden, dass wir Probleme haben, erinnere ich an Bear Stearns, die 2007, war es glaube ich, sagten, oder 2008, legt mich nicht auf den Monat fest. Es ist lächerlich anzunehmen, dass Bear Stearns finanzielle Schwierigkeiten hätte. Vier Tage später war es glaube ich, war die Bank zu. Bei der Deutschen Bank sind wir davon meilenweit entfernt. Das ist vollkommen klar, das ist weit, weit, weit entfernt. Aber die Tatsache, dass eine Bank sich bemüßigt fühlt, von oben herab zu sagen, Achtung, wir haben keine Probleme, das ist ein richtiges Alarmzeichen. Und das ist etwas, wir müssen ganz klar sagen, das trifft nicht nur die Deutsche Bank. Ganze, sämtliche europäischen Banken und weit darüber hinaus sind in einer höchst problematischen Situation. Und wir sind in einer Situation, die weit gefährlicher ist als das, was wir 2007, 2008 gesehen haben. Zu Zeiten der ersten Bankenkriege. Vor der Krise. Wir sind in einer Situation, die weit gefährlicher ist als damals. Wir haben damals die Situation gehabt, wir hatten nur eine Immobilienblase, die in Amerika geplatzt, diesen Anführungszeichen. Wir haben heute die Situation auf dem eurasischen Kontinent. China steht, und da glaube ich auch, dass wir die Situation vollkommen unterschätzen, vor einer ganz, ganz schweren, harten Landung in China. 20 Jahre Boom stehen dort vorm Platzen. Und das hat Konsequenzen, die wir uns gar nicht abschätzen können, was das bedeutet. Wir sehen die arabische Welt mit dem Ölpreis in höchsten Schwierigkeiten. Wir sehen den Nahen Osten in Flammen. Wir sehen Russland in größten wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Wir sehen Europa vor einer Identitätskrise, wo wir nicht wissen, wie das weitergeht. Wir sehen Amerika wirtschaftlich wieder massiv auf dem Weg nach unten. Die Banken haben sich in den letzten Jahren Risiken in die Bücher geholt. Der Zins ist das wichtigste Element, um Risiken abzuschätzen. Keiner von uns kann Risiken von Banken oder Staaten abschätzen. Aber am Zins können wir sehen, unsere Sparkasse Strümpfelbrunn zahlt uns 3% aus Tagesgeld. Die isländische Kauping-Bank zahlt mir 6%. Dann kann ich als Laie sagen, die sind gefährlicher als meine Sparkasse. Das heißt, der Zins zeigt mir, wie gefährlich etwas ist. Da wir den Zins aus dem Spiel genommen haben, alles gibt es nahezu 0%, mit ganz kleinen Nuancen, hat kein Investor der Welt mehr die Möglichkeit, Risiken abzuschätzen. Das heißt, man holt sich Risiken in die Bücher, die man gar nicht bewerten kann. Und dieser Zins ist auch nötig, um Ausfälle zu kompensieren. Wenn ich aber einen Baukredit wie heute aktuell für 10 Jahre Baukredit an Häuslerbau für 1,6% rausgebe, wie will ich ihn da abfedern, wenn der mal seinen Job verliert? Wie will ich ihn da Ausfälle, die immer kommen? Da muss gar nichts Schlimmes passieren, abfedern. Und wenn jetzt in einer solchen Situation, wo über viele Jahre sich die weltweiten Kreditgeber, Banken, wer auch immer damit gemeint sein kann, Kredite vergeben haben, ohne Zins oder mit nahezu 0 Zins, zu extrem hohen Risiken, wenn jetzt irgendwas verrutscht, eine neue Rezession kommt und es kommt dann automatisch zu Zahlungsausfällen, steht denen kein Ertrag gegenüber. Das heißt, die Situation ist heute weit gefährlicher, als es 2008 war. Und wir hatten damals noch die Notenbanken, die in der Lage waren, was zu tun, die noch ihr Pulver hatten. Das haben wir alles verschossen, alles verbraucht. Wir haben keine Möglichkeit mehr, auf eine neue Auflage der Krise, vielleicht sogar in größere Dimension zu reagieren. Und davor haben wir momentan sehr, sehr viele große Investoren, höchste Angst. Einer der wichtigsten Investoren Amerikas, Karl I. Kahn, hat im Herbst letzten Jahres in einem dramatischen Video gesagt, wir stehen vor der Kernschmelze unseres Systems. Und das ist einer der wichtigsten Spieler der Welt. Wir sehen viele, viele, die genau die Situation sehen. Wir sehen die großen Bankhäuser, die momentan ihre Kunden auch von Royal Bank of Scotland, raus aus allem. Also wir sind in einer Situation, die ist gefährlich. Man muss es erkennen und man muss es besprechen. Sie machen mir als Anleger Angst. Ja, das ist richtig. Dafür haben wir Herrn Wandelow da. Vielen Dank.